Tja, wie wär's mit nem Witz? Wie wär's mit nem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Tja, ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, Hals, Maul! Ja! Nach dir, Teuerste. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem... ...Tresorraum eingeschlossen. Also wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! Miau ist back. Okay. So. Einmal durch die ganze Stadt. Ich bin das gar nicht mehr gewendet mit ihr. Ich bin das gar nicht mehr gewendet mit ihr. Ich bin das gar nicht mehr. I stand eigentlich семimmer um Kind. Ich bin das gar nicht mehr als Kind. Ich bin das gar nicht mehr warum. Ich gehst hier vor den Bein. so haben die uns Das war weit. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie cooler wie der Batman. Aber es ist halt einfach was Neues, ne? Ja, jetzt haben wir's nicht fertigquatschen gelassen, weil ich so schnell in hinten bin. Ups. Aber Joker war schon ne Nummer. Da sind Ivys Ranken und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit da rein zu gehen. Das Ledergeräusch beim Larbe. Sieht nach nem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Dauerhaft.. Dauerhaft! Das war's für heute. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Das war's für heute. 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 Na, Sina und die Qualität hat sie den Sensor ergebunden, wo Pac-Man dann findet man. Oh. 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 Was? Was? Eindringlinge im Trisurraum. Regeln Sie ihn ab. Wie hab dann ich das erwei gemacht? Es wird mir ein Vergnügen bereiten, ihr Gehirn zu sezieren, Miss Kyle. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe die Schlüsselkarten. Als nächstes muss ich vom Kontrollraum aus den Tresorraum öffnen. Kontrollraum. Das ist doch der da. Was ist los? Ist das eine Übung? Keine, die angepündigt wurde. Zuhörer, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkem, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Keine Spur vom Ziel. Wir sind immer zu zweit. Pass auf, wo du hinziehst. Ziel gesichtet! Ziel verloren! Zählt mal durch! Zählt mal durch! Bewegung! Bewegung! Verbundeter, bei meiner Position! Gehen die zwei dahinter in der DAA weg, oder bleibe ich die beiden feststehen? Ziel gesichtet! Ziel ist in Bewegung! holes Rie Narayan, die Verteilung ist ein also ein kleinerer Tipp vor. Wie gehen wir dann? Seine Spur vom Ziel! Seine Spur vom Ziel! Kontakt! Gegnerisches Gerät gefunden! Kontakt! Gegnerisches Gerät gefunden! Oho! Oho! Kontakt! Zum hier vorrücken! Ziel befindet sich in diesem Bereich! Ich hab so Nadelkisse kennengelernt, ne? Mal sehen, ob das was bringt. Der Typ läuft ja nicht weiter im Moment. Hier Tiger 54. Sie haben nicht Kontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1.000 daraus. Verstanden. Noch 3 Sekunden. Ziel befindet sich in diesem Bereich. 1. Ziel neutralisiert. Wiederhole. Catwoman. Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, Catwoman. 2. 1. 6. 7.